Leute, heute zeige ich euch mal, wie ihr mit Filmora Wondershare ganz einfach eure Videos schneiden könnt. Viele wollen ja vielleicht auch immer mal wieder YouTube-Videos machen, wollen mit YouTube anfangen, wissen nicht, wie sie die Videos schneiden sollen und so weiter und so fort. Es gibt auch unzählige Schnittprogramme mittlerweile. Ich habe auch schon viele benutzt im Laufe meiner YouTube-Laufbahn. Aber ich muss sagen, Filmora Wondershare ist eines der einfachsten Schnittprogramme überhaupt. Sehr, sehr einfach zu bedienen, sehr, sehr anfängerfreundlich. Ihr seht natürlich jetzt im Hintergrund bei mir nochmal ein kleines Tutorial. Könnt ihr es gerne ähnlich machen. Ihr könnt gerne so anfangen und mit der Zeit, ihr werdet sehen, das Ganze ist relativ simpel zu verstehen. Am Anfang zieht ihr natürlich erstmal eure Videodateien, die ihr habt, hier in euer Programm rein und die zieht ihr erstmal oben in den Bereich. Dann sucht ihr die einzelnen Dateien aus, die ihr auch wirklich haben wollt. Sieht die runter in den Bereich nach unten und dort könnt ihr dann die Videodateien auch ganz einfach zuschneiden. Also das sind erstmal die ganz klaren Basics. Das sollte, denke ich mal, für jeden relativ easy verständlich sein. Ihr seht es ja auch immer bei der roten Schere. Zack, ihr klickt einmal das Ganze an und genau an der Stelle wird dann der Schnitt gesetzt. Den restlichen Teil könnt ihr dann, wenn ihr wollt, löschen. Wenn ihr damit noch was anderes machen wollt, könnt ihr natürlich auch erstmal da lassen. Ihr seht jetzt, wir haben jetzt hier auch zwei Videodateien sozusagen zusammengefügt. Und dann bietet es sich natürlich an, im besten Falle irgendwie einen Effekt dort rüber zu packen. Also einen Übergang, damit das Ganze ein bisschen schneller sozusagen aussieht. Und da sind wir schon bei Filmora. Ihr seht es, oben steht Übergänge. Dort könnt ihr einmal draufklicken, da gibt es unzählige Übergänge. Ich zeige euch jetzt einfach mal meine Lieblingsübergänge, die ich eigentlich ganz nice finde. Das Ganze ist hier sogar relativ passend. Und zwar ist das hier oben ein Gaming-Übergang. Ja, es gibt bei Filmora Wondershare immer extra schon Übergänge für die passenden Kategorien. Ja, das heißt, wenn ihr ein Gaming-Video schneiden wollt, gibt es Gaming-Übergänge. Das werde ich euch gleich noch ein bisschen genau zeigen. Wenn ihr Vlogs schneiden wollt, das zeige ich euch gleich auch noch, gibt es Vlog-Übergänge, Vlog-Layouts und so weiter und so fort, die ihr verwenden könnt. Hier seht ihr erstmal so einen kleinen Basic-Übergang, den ich relativ nice finde. Das sind dann hier die Lichteffekte sozusagen. Ja, dann, ihr seht das ja selber. Da gibt es auch unzählige, die könnt ihr natürlich gerne benutzen. Da müsst ihr natürlich auch so ein bisschen für euch, ich kann euch jetzt nur die zeigen, die ich ganz nice finde. Den hier, diesen Gaming-Retro-Effekt, finde ich zum Beispiel ganz nice. Bietet sich natürlich noch besser. Oder der hier auch an, wenn ihr sogar ein Retro-Gaming-Spiel habt. Dann passt das Ganze natürlich optimal zusammen. Aber das sind so meine Lieblings-Gaming-Effekte. Wie gesagt, es gibt unzählige. Jeder hat einen anderen Geschmack, da müsst ihr euch ein bisschen reinfinden. Aber das Ganze ist ganz einfach. Ihr seht, ihr könnt da alles anklicken, ihr zieht es einfach runter an die Stelle, wo ihr den Übergang haben wollt. Den Übergang mit der Kugel hier finde ich zum Beispiel auch sehr, sehr nice. Und das ist dann auch so ein Übergang. Den könnt ihr eher verwenden, wenn ihr jetzt kein oder ein ganz normales Video schneidet im Hintergrund. Seht ihr es, bei mir ist es jetzt ein FIFA-Video, da passt sowas natürlich besser als ein Gaming-Übergang von einem Retro-Spiel. Das ist ganz klar, dass das dann in dem Falle natürlich viel, viel besser passt. Den hier finde ich auch zum Beispiel sehr, sehr interessant. Das sind dann natürlich auch die Lichteffekte. Die Lichteffekte sind natürlich auch genrelos, sage ich jetzt einfach mal. Die könnt ihr bei jedem Genre anwenden, das ihr schneiden wollt. Von daher ist das eigentlich auch ganz nice zu machen. Es gibt dann auch die Empfehlung, ihr seht es, ihr könnt, wenn ihr nicht wisst, boah, soll ich jetzt nehmen? Es gibt so viele Sachen, kann ich verstehen. Der ein oder andere wird dann vielleicht sagen, ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Ihr seht es, es gibt auch Empfehlungen, da könnt ihr reingehen. Den Effekt finde ich zum Beispiel wirklich sehr, sehr nice. Das ist der Superhelden-Pack oder Superhelden-Pack-Übergang. Der ist, muss ich sagen, auch wenn es jetzt hier ein FIFA-Video ist, wo man sagt, ja, passt natürlich vielleicht bei Spielen wie Spider-Man oder was auch immer. Viel, viel besser, klar, aber selbst bei so einem FIFA-Video sieht das Ganze ganz fresh aus. Dann haben wir jetzt hier noch die Textelemente. Ihr könnt natürlich auch in eure Videos Textelemente einbauen. Wir haben jetzt hier erstmal sozusagen einen Basic-Text, ja, also es sieht nach nichts wirklich aus, ja. Da gibt es aber noch viel, viel geilere Effekte, den werde ich euch auch gleich noch zeigen. Aber einige wollen es vielleicht ja Basic halten und können dann hier einfach die Schriftfarbe ändern, die Schriftart ändern. Das Ganze größer, kleiner ziehen und so weiter und so fort. Ihr seht es im Hintergrund ja auch. Das Ganze, ja, versteht sich eigentlich von selbst. Also wie gesagt, ich habe kaum Einarbeitungszeit gebraucht in Filmora. Ich habe natürlich auch in meiner Laufbahn schon viele Videos geschnitten und auch mit vielen verschiedenen Softwares, die es ja mittlerweile gibt. Aber bei Filmora, ich habe mich sofort innerhalb von fünf Minuten, du findest dich da easy zurecht. Es ist wirklich für jeden, auch für komplette Anfänger sehr, sehr einfach nachzuvollziehen. Hier seht ihr es dann schon, gibt es natürlich auch andere Film-Effekte, die dann schon ein bisschen professioneller aussehen, wie zum Beispiel dieser hier. Den werde ich euch gleich auch nochmal abspielen. Der ist auch nicht einfach so da, sondern ihr seht es jetzt beim Abspielen des Videos. Oben könnt ihr das Video abspielen. Der kommt so ein bisschen eingefailt, kommt reingeflogen quasi. Sieht natürlich dann noch ein bisschen nicer aus. Den anderen Text, Lower Text, würde ich jetzt nicht stehen lassen. Könnt ihr dann natürlich auch noch dementsprechend bearbeiten. Sieht dann auch nochmal ein bisschen nicer aus. Was ihr da hinschreibt, ist euch überlassen. Wie gesagt, das sind jetzt nur hier Beispiele von mir. Ihr könnt alles da hinschreiben, was ihr wollt, ja. Aber es bietet sich natürlich vielleicht an, irgendwie zu schreiben. Abonniert gerne meinen Kanal, lasst ein Like da, wenn euch das Video gefällt oder was auch immer, ja. Aber wie gesagt, das ist ganz alleine bei euch. Das liegt bei euch, das könnt ihr entscheiden. Dann gibt es natürlich auch Audio-Effekte. Das ist auch sehr, sehr nice. Wir haben jetzt hier im Hintergrund mal einen Audio-Effekt. Den hört ihr jetzt im Hintergrund. Ich spiele euch den mal ab. Da habt ihr es gehört, Leute. War natürlich jetzt ein Audio-Effekt, der nicht unbedingt zu einem FIFA-Video vielleicht passt. Ihr könnt natürlich ganz klar auch eure eigenen Musik-Clips da reinholen. Ist ganz klar. Ihr müsst immer immer drauf aufpassen. Ja, ihr braucht auf YouTube immer copyrightfreie Musik. Das heißt, ja, ihr könnt gerne auf YouTube eingeben. No copyright sounds. Könnt euch da eure Musik runterladen. Könnt ihr dann, wie die Videodateien auch schon am Anfang, das habt ihr ja gesehen, ins Programm reinziehen. Dann könnt ihr natürlich auch da eure Wunschmusik unterlegen. Wenn ihr das Ganze nicht auf YouTube hochladen wollt, sondern für euch irgendwie den Clip erstellt, dann könnt ihr natürlich auch jede Musik unterlegen. Könnt ihr auf YouTube auch im Prinzip jede Musik unterlegen. Kann nur dann passieren, dass euer Video gesperrt wird. Beziehungsweise ihr könnt euer Video nicht monetarisieren. Und damit dann, wenn ihr wollt, kein Geld damit verdienen. Wenn ihr sagt, es ist egal, ob ich damit Geld verdiene oder nicht, dann könnt ihr auch jede Musik unterlegen. Es könnte aber auch sein, dass euer Video gesperrt wird. Deswegen würde ich es jetzt nicht unbedingt empfehlen. Dann gibt es natürlich auch noch viele, viele weitere Effekte, die einfach euer Video ansehnlicher machen. Wie zum Beispiel den Effekt. Den finde ich sehr, sehr cool. Passt natürlich jetzt hier nicht so hundertprozentig. Aber da gibt es noch viele, viele andere Effekte. Wie gesagt, schaut einfach vorbei. Guckt es euch an, was euch am besten gefällt. Das ist so ein Effekt hier zum Beispiel, der passt eigentlich auf jedes Video. So ein leichter Schatten. Sieht immer direkt ein bisschen ansehnlicher aus. Sieht ein bisschen professioneller aus. Was ich zum Beispiel sehr, sehr mag, ist dieser Effekt hier. Der Kino-Effekt mit den schwarzen Balken oben und unten. So finde ich sie generell. Eigentlich passiert das Video, meiner Meinung nach, immer direkt professioneller aus. Wenn oben und unten schwarze Balken sind, wie ihr das aus dem Kino kennt. Dann im Format 16 oder 21 zu 9 stand da, glaube ich. Deswegen, ihr müsst euch da einfach ein bisschen umschauen. Ja, also es gibt tausende Effekte. Ich kann nur meine Meinung sagen, das waren so meine Lieblingseffekte, die ich euch jetzt gezeigt habe. Es gibt auch noch viele, viele weitere Effekte auf der Seite Filmstock. Da könnt ihr gerne mal drauf gehen. Im Hintergrund seht ihr zum Beispiel das Champion-Paket, das Virus-Paket. Die könnt ihr euch dann downloaden. Da könnt ihr dann noch verschiedene Zusatzeffekte sozusagen reinholen. Ihr habt es eben schon gesehen. Ihr könnt die Effekte auch immer ausprobieren. Das heißt, wenn ihr sagt, ihr seht zum Beispiel das Champion-Paket im Hintergrund, könnt ihr euch natürlich erstmal hier auf der Seite anschauen, wie das Ganze aussieht. Dann könnt ihr das Ganze in der Software noch ausprobieren, ob es euch gefällt oder nicht. Wenn es euch gefällt, dann holt ihr euch dieses Zusatzpaket eventuell. Es gibt tausend Zusatzpakete auch hier. Da werde ich euch gleich auch noch ein bisschen was zeigen. Ihr könnt das Ganze hier einfach ganz easy downloaden. Ihr seht es, das Virus-Paket haben wir jetzt auch hier runtergeladen. Gaming-Paket gibt es noch. Kampfsport-Paket. Es gibt wirklich, es gibt auch hier tausende Effekte. Da könnt ihr hier oben dann auch immer eingeben, was ihr sucht. Text-Animationen gibt es hier. Sound-Animationen, Video-Animationen. Es gibt Stock-Footage. Wenn ich weiß, was das ist. Das sind irgendwelche Videodateien, die zeige ich euch gleich auch noch, die vielleicht interessant sind für euch. Hier seht ihr das Ganze. Einige Zusatzprogramme kosten natürlich ein zusätzliches Geld. Damit könnt ihr dann entscheiden. Ihr guckt euch die vorher an, ob ihr euch die holen wollt. Ja oder nein. Das könnt ihr dann entscheiden vorher. Am besten natürlich immer anschauen, ob es euch auch wirklich gefällt. Ob es euch was bringt. Und wenn es euch gefällt, dann könnt ihr das Ganze euch kaufen. Das Zusatzpaket sozusagen, wer Bock darauf hat, einfach umschauen. Ich zeige euch jetzt gleich noch ein paar Beispiele, die vielleicht vor allem im Gaming-Bereich interessant sein könnten. Weil ich denke, viele, die dieses Video jetzt hier sehen, interessieren sich auch für den Gaming-Bereich. Und schneiden dementsprechend natürlich auch in den meisten Fällen Gaming-Videos. Da kommen wir aber gleich noch zu. Hier seht ihr dann noch die Musikpakete. Es gibt auch, wie gesagt, unzählige Musikpakete, die ihr euch hier anschauen könnt. Die ihr euch dann bei Interesse dazuholen könnt. Wer das braucht, kann es gerne machen. Ist keine Pflicht natürlich. Aber auf jeden Fall einige oder viele Sachen davon sind sehr, sehr nice zu empfehlen. Hier seht ihr jetzt, das ist dann Stock-Footage sozusagen. Ja, das sind Videos, die ihr in euer Video einbauen könnt. Ja, das ist zum Beispiel hier so ein kleiner Clip, wo Karten gemischt werden. Das heißt, was weiß ich. Ihr wollt vielleicht einen Trailer für ein Poker-Turnier oder irgendwie sowas. Ja, dann könnt ihr auch oben eingehen, Poker. Ja, dann kommen halt diese Videos, die mit Poker zu tun haben. Ja, da könnt ihr euch dann diese Videos holen und dann vielleicht euren Trailer für euer Poker-Turnier fertig machen. Wenn ihr ein Gaming-Video schneiden wollt, bietet es sich natürlich an, Gaming-Effekte dafür zu haben. Hier seht ihr zum Beispiel nochmal das Retro-Gaming-Paket, das ich euch eben schon gezeigt habe. Da kriegt ihr dann ein relativ nice Gaming-Retro-Intro, das ihr dann vor eure Videos setzen könnt, bevor ihr dann in euer Video quasi startet. Dann gibt es hier noch ein E-Sport-Paket, was bestimmt auch für den einen oder anderen interessant ist. Ja, sieht meiner Meinung nach sehr, sehr nice aus. Das heißt, wenn ihr irgendwie einen Trailer vielleicht machen wollt für einen E-Sport oder ihr wollt ein eigenes FIFA-Turnier, ja. Ihr wollt ein eigenes FIFA-Turnier erstellen, dann könnt ihr das Ganze dafür benutzen. Das war es dann soweit von diesem Video, ja. Also schaut euch gerne oben, der Link zu Filmora ist natürlich wie immer unten in der Beschreibung. Also gerne, gerne abchecken. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn ihr Bock habt, schaltet ein, haut da rein. Bis zum nächsten Mal und ciao. Bis zum nächsten Mal.